Hallo, hier spricht Mr. Fulia von The Pinkertones. Herzlich willkommen zu Singles 2001-2011. Heute werden wir über The Million Color Revolution sprechen. Das war die vierte Single zu unserem Album The Million Color Revolution. Und der Regisseur war David Navas. David lebt zwischen New York und L.A., aber er ist aus Barcelona, wie wir selbst. Und er arbeitet für MTV und einige der wichtigsten Acts überhaupt. Also wir können nur sagen, dass wir unglaublich stolz sind, dass wir ihn für dieses Projekt haben konnten. Also schaut mal rein, es ist wirklich eine unglaubliche Animation-Arbeit von David Navas, The Million Color Revolution. Das war's für heute. The Million Color Revolution Is this the end or just a conclusion? The Million Color Revolution Was a thrill or just an illusion? We got The Million Color Revolution We got Wak-au- which is a revolution 없焦 него- Wake up, get on your feet and shout Yeah, 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 yeah Wake up, wake up Wake up, baby Wake up, wake up, wake up Yeah, 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 yeah Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja.